Die Flut steigt bis an den Ararat, Und es hilft keine Rettungsleiter. Da bringt die Taube Zweig und Blatt, Und es kribbelt und wibbelt weiter. Es sicheln und mähen von Ost nach West Die apokalyptischen Reiter, Aber ob Hunger, ob Krieg, ob Pest, Es kribbelt und wibbelt weiter. Ein Gott wird gekreuzigt auf Golgatha, Es brennen Millionen Scheiter, Märtyrer hier und Hexen da, Doch es kribbelt und wibbelt weiter. So banne dein Ich in dich zurück Und ergib dich und sei heiter. Was liegt an dir und deinem Glück? Es kribbelt und wibbelt weiter. Die Flut steigt bis an den Ararat, Und es hilft keine Rettungsleiter. Die Sintflut, die die Menschheit auslöschen sollte, Verschonte allerdings Noah auf seiner Arche. Für ihn gab es so etwas wie eine Rettungsleiter. Da bringt die Taube Zweig und Blatt, Nämlich dem Noah als Zeichen, Daß es wieder bewohnbares Land gibt, Und es kribbelt und wibbelt weiter. Also wird die Erde wieder bevölkert, Wobei die Menschheit als kribbelnde und wibbelnde Masse Gewissermaßen von großem Abstand aus betrachtet, Wie ein Ameisenvolk wirkt. Es sicheln und mähen von Ost nach West Die apokalyptischen Reiter, Aber ob Hunger, ob Krieg, ob Pest, Es kribbelt und wibbelt weiter. Verheerende Seuchenzüge und Kriege, Die wie der Dreißigjährige Krieg ganze Landstriche entvölkerten, Hatten durchaus einen Bevölkerungsrückgang bewirkt, Der aber innerhalb einer Generation wieder aufgeholt wurde. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts ging es aber nur noch steil bergauf. Da haben nicht einmal die Weltkriege Wahrnehmbare Bremspuren hinterlassen. Ein Gott wird gekreuzigt auf Golgatha, Es brennen Millionen Scheiter, Märtyrer hier und Hexen da, Doch es kribbelt und wibbelt weiter. Diese Strophe enthält eine Spitze in Richtung Kirchengeschichte, Die aber wohl nur stellvertretend für alle möglichen Weltkonflikte steht. Der Krieg um den Glauben rechnete sich erst gegen die Christen, Die zu Märtyrern werden, um dann ihrerseits Abweichler auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen, Die dann ihrerseits zu Märtyrern für ihre Sache werden. Aber auch die grausame Verirrung der Hexenverfolgung Bringt nur weiteres sinnloses Leid unter die Menschheit, Ohne einen Einfluss auf ihren Fortbestand zu haben. So banne dein Ich in dich zurück und ergib dich und sei heiter. Was liegt an dir und deinem Glück? Es kribbelt und wibbelt weiter. Um die Arterhaltung, so dachte Fontane, Braucht man sich also keine Sorgen zu machen. Es ist sicher vor allem ein ironisch-humoristisches Denken, Wenn er hier so tut, als wenn es nur darum ginge Und nicht doch entscheidend ist, wie man lebt. Aber sicher nicht nur. Man kann es auch als die Zuversicht verstehen, Dass, wenn es Menschen gibt, Es auch Glückliche unter ihnen geben wird. Fontane hatte natürlich nicht damit gerechnet, Dass nur 50 Jahre später die Menschheit Sich in den technischen Stand bringen konnte, Sich selbst auszulöschen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.